Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wie geht's euch so? Gut. Jo, ich hab ein Geschenk für dich. Eine Reise. Herr Insel, du kannst nicht mal schwenken. Was hättest du mit mir absprechen müssen? Alex? Charlotte ist weg. Jo, auch. Was machst du denn hier? Und du? Es folgt die Geschichte von meinem Verstand. Wie er mir abhanden kam und wie ich ihn dann wiederfand. Sie wissen, warum wir sie anhalten? Ist Rücklicht kaputt? Brauchen Sie mich mal an. Ich verlor den Verstand an einem Sommer. Ich war Ihnen älterer, schlecht gelaufen, Mann. Was siehst denn du in der Wolke? Die Möwe. Und wo sind die Flügel? Ist eine sitzende Möwe. Der Kopf? Die hat sie unterm Flügel vergraben. Ich muss mal was besprechen. Warum soll ich verschwinden, wenn ich gar nicht da war? Hallo, Charlotte? Bist du mich ein bisschen zu alt dafür? Sie hätten sich nie begegnen dürfen. Wer für mich bestimmt ist und wer nicht, bestimme immer noch ich. Warum hast du dich da ein bisschen sie verloren? Es hat mich ja umgehauen. Haben wir es noch weit? Sehr weit.